Wir haben einen gefährlichen Straftäter genommen und ich möchte, dass Sie sofort in Ihr Auto reisen. Sofort in Ihr Auto rein! Nein, danke. Setzen Sie sich doch. Ja. Oh. Und, was ist denn genau passiert? Ach, da ist so einiges schiefgelaufen. Können Sie mir nicht sagen, wo ich ihn erreichen kann? Nee, ich weiß ja nicht, wo der... Ach, hier übrigens, das ist Kalle. Da ist er ja. Mensch, es tut mir leid. Alles ist nicht so schlimm, macht dir keine Sorgen, wird alles wieder gut. Ich wollte das nicht. Wirklich, ich wollte das nicht. Gib's mir biet schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Gymnastmagazin. Tempo. Tempo. Hass und Liebe. Störung und Drang. Angst und Lust. I love Tempo-po-po-po. Na ja. Nicht, es tut mir leid. Nicht, er würde ich selbst blind. Nicht, es tut mir leid. Nicht, ja. Tego. Oder t backstory. Vielen Dank.